Der Kettensägenmann Der Leatherface, sondern der, der die ganze Zeit schon dabei ist im Spiel und er ist auf eurer Seite, er kommt euch entgegen. Weg da, weg da, weg da, er ist bei euch genau gegenüber. Ja, ihr müsst da weg. Jetzt ist er auf eurer Seite, jetzt geht er eins runter, er ist jetzt unten unter uns, ich bin neben euch, ich komme nicht rüber. So, ich höre ihn, aber er ist ja unter uns. Ja? Ja, ja, ich habe ihn runter gehen sehen, jetzt sehe ich ihn nicht mehr, aber meine Sicht ist gerade weg. So, jetzt müssten wir uns ein bisschen weg bewegen, der wird wahrscheinlich gleich hier lang kommen. Wo ist denn jemand? Er ist genau unter euch, er ist genau unter euch. Sehen. Ich gehe in den Schrank. Er rennt rüber, den, den, den Weg entlang, rechts von euch, rechts von euch. Unten, genau, hier ist, den Jen können wir machen. Ah, jetzt kommt er wieder auf uns zu, er kommt wieder auf uns zu. Jetzt geht er weg. Wollt ihr die Rektorkiste benutzen? Nö, hebt mal lieber auf. Ah, jetzt ist er im Innenhof, glaube ich. Ja, er geht weg von uns. Hinter dir rechts. Jetzt ist er ganz weit, am anderen Ende der Map. Okay. Oh, jetzt geht er wieder in den Innenhof. Zu dritt ist scheiße. Vor allem, die macht nichts. Warum hat die denn das Spiel verlassen? Sag ich doch. Oh, jetzt könnte er eventuell gleich hinter dir den Weg lang kommen. So, das machen wir mal fertig. Jetzt kommt er hinter uns den Weg lang. Er ist hinter dir. Also, soll ich es fertig machen? Nein, er kommt hinter dir lang. Du siehst die Augen schon. Nö. Nicht gesehen. Duck dich, duck dich. Er hat dich gesehen. Schleichen. Er hat gegen den Jen getreten, wo wir gerade waren. Ich gehe gerade in den Schrank. Es kann sein, dass er das gehört hat. Ist er weg hier? Weiß ich jetzt nicht. Sehe ihn nicht mehr. Nee. Herzschlag ist laut. Ah, bei mir ist er ein bisschen leiser. Ja, ist auch leiser. Nee. Alter. Oder? Hier ist eine Leiche, die umzappelt. Oh, er ist bei mir. Er ist bei mir. Ich mache schnell fertig. Hä? Wo ist denn das gewesen? Ich nehme die Wertzeit fest. Und gehe dann eins runter. Alter, war das knapp. Ich habe mich hinter einem Jen versteckt. Und habe ihn nicht angemacht. Er kommt, glaube ich, auf dich zu. Mit Kettensägen, Mann. Aktion. Fuck. Er ist ja unten. Also eben war er noch nicht unten. Ist er bei dir? Ja. Ich renne hoch. Aber nicht zu mir. Weiß ich nicht, wo du bist. Hm. Oh, er macht den Kettensägen, Johnny. Bist du, dass die da rennt? Ich schleiche gerade. Okay. Dann rennt die andere hoch. Schlecht. Die ist nämlich bei mir. Also ich glaube, er ist hinter der anderen her. Ja, okay. Dann ist ja alles gut. Ist ja gut. So, ich habe meinen Jen auch gleich fertig. Nee. Er hat, ist die Idee her. Ja, ja. Ey, meine Sicht ist sowas von imbar. Oh, sie hat einen Cut abgekriegt. Ich weiß nicht, wo das ist. So, da war ich. Wo bist denn du? Da, wo sie gerade ungefähr ist. Was war denn das? Für ein Dong. Fuck. Was ist denn das für ein Dong? Ich gehe mal ganz hoch. Bäh. Wie? Aber hier geht es nicht weiter. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin am nächsten Jen. Ja, wo bist denn du? Aber ich höre die ganze Zeit die Säge unten am Auge. Da geht es in den Hof rein. Ja, er ist unten. Ich versuche es mal zu hören. Das ist ja alles relativ dicht. Du, 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 du. Da guckt so eine Heizung auch raus. Durch dieses Tor. Oh, ich sehe dich. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich runter? Ich will halt meinen Sprintboost nicht verblasen. Er ist genau da. Ah, das ist weit weg, okay. So. Da hat er, hat sie ihn aber gut aufgehalten. Hallo. Ich bin genau gegenüber von dir, ne? Ich sitze mit dran. Er wird ihn wahrscheinlich in den Hof schleppen. Ja, er schleppt ihn in den Hof, genau hinter uns. Oh, oh. Schaffen wir das? Bleib noch dran, bleib noch dran. Und geht nicht auf uns zu, er bleibt da hinten irgendwo. Warte, 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 warte. Ich versuche jetzt mal durch den Hof zu gehen, ich sehe ihn, ja. Ja, ich gucke, dass ich ihn Jen finde. So, ich versuche sie zu retten. Jo. Ach, die ist ja gar nicht drin. Äh, draußen. Oh, renn, 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 renn. Aber doch nicht mehr vor die Linse. Oh Gott, ey, ich würde sie gerne heilen, aber ich habe so einen Schiss gehabt jetzt. Alter, diese Kettensäge. Oh, er macht mein Dings kaputt, das ist aber schlecht. Running Man! Run with Power, run with Steel. Er verfolgt mich. Okay, ich bin immer auf der Suche nach dem Generator. In dem Obergeschoss. Er hat sich verplempert. Oh, fucky. Dummi, dummi. Keine Ahnung, war das clever? Kann ich nicht. Boah, ich brauche sichere Landung, sowas brauche ich mal. Ich kann ihn so schön gerade hier tanzen, aber... Ja. Oh, okay, die eine repariert, dann muss ich ihn jetzt weglocken. Oh, der ist schon wieder da. Wo denn? Draht? Keine Ahnung, irgendwer hängt da am Jen, ich weiß nicht wo. Ah, da. Ah. Nehmt den, der weiter weg ist. Oh, der ist bei mir. Alter. Der hat das Ding aufgemacht. Er hat das Ding aufgemacht. Er hat das Ding aufgemacht. Er hat das Ding aufgemacht. Hä? Ich hau ab. Ich bin weg. Ohne Schu... Ich schwör's. Der hat dagegen gehauen. Und klassischer Akt. Keine Ahnung. Er hat dagegen gehauen und genau dann ging es auf. Der ist auch weg. Hä? Hä? Ich sag doch, man kann das aufmachen als Killer. Und der hat dann kurz gekämmt und ich... Aber er hat mich nicht gesehen. Da hab ich ihn ausgetänzelt, als er weggegangen ist und... Aber warum sollte man das freiwillig aufmachen? Ich weiß es nicht. Er hat dagegen geschlagen, dann ging es auf. Oder es war, dass ihr die aufgemacht habt und irgendwer hat einen Pirk, dass dann alle aufgehen. Nee, sie hat... Du bist ja dann entkommen und dann bin ich zum anderen Ausgang und da hat sie den gerade erst aufgemacht. Hm. Das weiß ich nicht. Warum sollte der... Also der kann mit dem einen Schlag hat er den aufgemacht. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja. Aber dann ist ja auch gut zu wissen, wenn man selbst ein Jen ist und er kommt angerannt, kurz wegducken und er schlägt dagegen. Das wäre cool. Das wäre cool. Bereiten Sie sich. Oh, Springwood. Ah, die sind zusammen. Ja? Ja, oder? Bei mir ist ein Jen hier. Ja. Ja, hallo. So, sehe ich einen Keller hier schon irgendwo? Hier müsste dann die Bodenluke aufkommen. Das stimmt. Hier ist der Keller. Aber gibt es nicht manchmal zwei Keller? Nee. Immer nur einen. Sicher? Ja. Also ich sehe erstmal keinen Keller, aber meine... Meine Aura-Wahrnehmung ist aber nicht aktiv. Guckst du hinter dich, ja? Ja, ja, aber... Ich gucke hinter mich. Na, was heißt hinter... Also links neben mich. Gleich geschafft. Also ich kann seine Aura nicht wahrnehmen. Bei mir ist das deaktiviert. Ich weiß nicht, wieso. Da ist einer rechts. Rechts neben dir kommt einer von uns. Da ist auch einer. Komm, warte. Nee, nee, nee. Hier ist noch einer im Jen. Hat sich aber gerade verdrückt. Wollen wir trotzdem hin? Hab Angst. Ja, bei mir lädt sich das nicht auf, dass ich den Killer sehe. Der hat doch bestimmt hier irgend so einen Perk, dass ich nichts sehe. Ja. Wette ich auch. Ich hab Angst, dass es Michael ist. Ja, das stimmt. Dann wären wir echt am Arsch. Also ich seh' nix. Auf jeden Fall hat dir irgendwer den dichten Nebel genommen. Man sieht ja gar nix. Rechts von mir ist noch mal ein Jen. Siehst du das blinken? Schau noch ein Stückchen weg. Ja, ja. Na dann. Aber hinschleichen. Oder in das Haus. Nö, nö. Mitten durch. Ach, rechts neben uns. Es ist der Streamy. Links weg. Renn nach links weg. Links weg, 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 weg. Er kommt auf dich zu. Es ist Screamy. Ja, weg, 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 weg. Jetzt rechts zu mir. Da bin ich. Ach nee, du bist da. Okay. Ja, er ist noch da. Du, ich versteck mich mal kurz. Ich auch. Bin dafür. Er ist hier irgendwo in der Nähe. Ja, verfolgt irgendjemand. Hat schon angeschnetzelt. Oh. Ich kann's nicht sehen, wo es ist. Ich auch nicht. Ich glaub, das sieht man gar nicht, wenn man im Schrank ist, ne? Kann sein, ja. Aber ich hab's gehört. Es war ziemlich dicht an mir dran. Ja. Aber hebt sie nicht auf, oder wie? Doch, denk schon. Oh doch, da drüben. Er kommt nicht auf uns zu. Nicht? Dann bin ich raus. Hier ist, oder? Hier ist der, er ist links von dir. Oh, er kommt auf uns zu. Er kommt da. Geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein. Ich hab den Jen angetippt. Oh, der hat bestimmt wieder sein Perk, dass er mich danach sieht. Er ist an mir vorbei. Der andere wurde gerettet. Okay, ich geh wieder raus. Ich, er geht weg von uns. Na, warte mal. Lass am Generator treffen. Ja, ich mach den mal schnell. Er ist im Keller bei sich. Oh, deswegen. Ich nehm mal meine Box, damit wir das Ding hier schnell machen. Ansonsten zu gefährlich. Okay, er hebt sie auf. Natürlich übel jetzt hier, ne? Natürlich. Er wird dann wahrscheinlich gleich wieder kommen. Ja. Wir sollten vielleicht jetzt schon mal weg, oder? Nee, er trägt sie ja noch. Oder? Da hinten rechts kommt er. Nee, er kommt nicht, er hängt sie da auf. Jawohl. Er rennt wieder Richtung Killer House. Also, dann von dir aus rechts weg. Weg. Ich geh erst mal kurz in den Schrank, weil er wieder herkommt. Lass mich doch mal. Ja, lass mich doch mal. Ich will auch in den Schrank. Ja, aber du gehst ja als ja woanders hin eigentlich. Will ich gar nicht. Ich will auch wieder in meinen Schrank. Okay. Kommt er hierher? Ich hab keine Ahnung. Ich seh ihn nicht. Kannst du das nicht sehen? Nee. Doch, er ist direkt vor mir. Direkt vor mir. Bleib drin. Er ist jetzt bei dir drin. Das ist ungünstig. Wo ist denn die andere eigentlich? Ich rette die andere jetzt. Ich hab grad irgendeinen Schatten gesehen. Boah, was machst du denn? Falsche Taste. Ich trottel. Ich versuch die andere noch zu retten. Ich glaube, er ist gerade mehr vorbei gerannt. Bin mir nicht sicher. Vielleicht was auch tut. Mach doch! Ich hab sie gerettet in allerletzter Sekunde. Sehr gut. Allerletzter. Ich suche ihn, Jen. Oh, sie hat eine schlechte Internetverbindung. Oder ich. Wahlweise. Nee. Oh nee, der hinten ist schon gemacht. Okay, ich heil sie. Also sie ist beim nächsten Hängen, ist sie hinüber. Wäre echt gut, wenn sie sich versteckt. Wah, da ist er! Alter, der hat die ganze Zeit uns nur beobachtet. Geh weg, renn weg. Du bist direkt bei uns. Ich? Ja. Also weiß ich nicht. Irgendwer ist hier. Ich bin in einem Keller. Ach nee, dann bist du es nicht. Ich suche einen Jen. Alter Latz, da stand sie. Der hat ja uns die ganze Zeit beobachtet. Dieser alte Latzulurch. Ach, da bist du. Ich bin bei dir. Hier drinnen. Oh nein, das ist doch der Todeskeller. Du findest doch nie wieder raus. Das hatten wir doch schon mal. Hier ist auch kein Jen, oder? Da unten ist meistens einer. Ja, hab ich auch gedacht. Aber ich find keinen. Ach du, ich komm wieder runter. Nee, ich bin wieder oben. Aber hier ist doch meistens einer. Ist keiner da. Bist du in Runde gerannt, ja? Ja. Na. Nee. Oh, die eine heilt sich. Das heilt sich weit weg. Hier ist eine Kischt. Hier wirst du mir schon nicht sehen. Ich hab einen. Nach oben. Ich seh dich. Und dann meinem Geräusch folgen. Oh, die ist jetzt tot. Oh, ich hab die Karte. Schnell, komm doch zu mir. Ich will doch die Karte haben. Ja, aber Schatz. Dann sind wir frei. Hallo. Schade. Ups. Oh, meine Güte. Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt ist gerade wichtig gewesen, dass wir unauffällig sind. Wollen wir wirklich dranbleiben? Sag mal, ob du ihn siehst. Ich bleib erst mal dran. Ja, er ist hier. Mann. Ja. Wo soll ich das denn wissen? Wo soll ich das denn wissen? Du bist gut. Kannst du dich heilen? Du rennst einfach vor mich. Oh, er ist denn da mehr her? Eine dicke Wurst. Ich bin unten im Keller und heile mich. Ich glaub, er ist weg. Er hat die andere, ne? Lass mal den Jen oben weitermachen, oder? Jo, er ist weit weg. Wenn ich das wieder finde. Ich häng wieder dran. Ja, zugegebenermaßen muss ich sagen, ich hab den Killer leider... So weit weg ist es nicht. Nee, leider zu der anderen gelockt. Kommst du jetzt mal her? Ich suche das gerade jetzt. Jetzt da, genau. Meine Güte, jetzt hopp dich doch hin. Er ist direkt hinter uns weg. Huh. Super. Ist er oben? Nein. Oh. Klasse. Kann ich sie retten? Ja, ja. Kannst. Warum höre ich ihn so laut? Ich habe das Gefühl... Oh, er hat mich nicht gesehen, wie ich in den Schrank gegangen bin. Haha. Hoffe ich. Hoffe ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bist du immer noch in diesem Haus? Ja, ich bin noch in dem Schrank. Alter, so ein Lack. So ein Lack. Ey, der Jen ist fast fertig. Ja, ich bin ja da. Fuck. Er ist draußen. Okay, dann mache ich den Jen fertig. Er ist draußen. Er hat mich gesehen. Ah. Nicht reinrennen in die Hütte, ne? Mach ich nicht. Diese fette Kuh kann ja auch mal aufhören, immer gegen diese Schränke, äh, gegen diese... ...Büsche zu rennen. Aha. La bouche. So, ich bin gleich fertig. Wie schnell ist er denn eigentlich? Er ist schnell. Der hat beide an dem Jen, oder? Nee. Nur du. So, ich werde auch wieder... Hoffentlich auch nicht. Oh Gott, wo? Oh, du musst mich retten. Hier, heil mich mal. Da und da. Ihr seid direkt am Ausgang. Ja, ich... Oh. Er ist aber direkt bei uns. Er kommt auf uns zu. Du bist ja gar nicht geheilt. Nee, ich wollte, dass sie mich heilt. Ihr rettet mich. Ich gehe dann zu dem anderen Ausgang. Äh, vielleicht müsst ihr mich noch mal retten. Soll ich aufmachen? Jo, mach auf. Konnte ihn kommen? Also, ich bin noch nicht da, aber... Der linke Ausgang, ne? Also, der... Keine Ahnung, ich muss mich erst mal verstecken. Ja, ich versuche, den anderen zu nehmen. Fuck. Soll man dir entgegenkommen? Mann, kann ich auch mal einen Sprintboost kriegen? Oh, das wird nix. Er ist hier. Ja, ach was. Bringst du ihn mit? Na, natürlich. Hallo. Kassier den Hit. Kassier den Hit. Und komm. Oh, danke. Danke. Geil, hallo. Ich wollte dir die andere Tür aufmachen. Auf einmal kam dieses Fokus-Symbol. Dieses... Oh, scheiße, er beobachtet dich. Und dann umgedreht. Da stand er da und hat auf einmal Sprintanlauf genommen. Alter. Und dann einmal quer über die Map. Oh, Gott, mir geht die Pumpe. Ja, das glaube ich. Alter, das war auch ordentlich. Das war echt ordentlich. Schwitz. Schwitz. Dafür hast du aber auch viele Punkte bekommen. 24.000.